So, das Lied ist jetzt gewidmet. Eduard Mörke und seinem Gedicht Henne oder Ei. Das waren sicher viele und das Ei hat halt auch Osterhase bringen müssen. Die Gelehrten und die Pfaffen streiten sich mit viel Geschrei. Was hat Rotschuliers erschaffen? Wohl die Henne, wohl das Ei. Wäre das schon schwer zu lösen, erst war ein Ei erdacht. Doch noch weil kein Huhn gewesen, hat es der Haas gebracht. Und es braucht genügend Futter, dass ein Leben leben kann. Doch schauen wir in Kalkutta, haben uns ganz schön vertan. Schon gebt allen, was sie brauchen, für die Pflanze, Mensch und Tier. Macht schönes Leben auftauchen, bewegt euch, vergesst die Gier. Dankeschön.